Was hat dich an dem Theater so angezogen? Wenn sie über die Bühne gehen, sie wissen mit geschlossenen Augen, ich bin im Theater. Ich habe ja nun wirklich alles gemacht. Ich bin mit Louis Armstrong aufgetreten und habe im Goldenen Schuss gesungen. Ich habe von klein auf mit sechs Jahren synchronisiert. Ich habe angefangen zu synchronisieren, weil mein Vater mich mit ins Atelier nahm. Und werde ich auch nie vergessen, da erschien so ein kleiner Junge in einem Schwarz-Weiß-Film. Der hatte ein Rokoko-Kostüm an und dann sagte der Regisseur, Hans, mein Vater hieß Hans, probier doch mal deine Tochter aus, ob die das nicht kann da. Der hatte einen Satz, der Kleine. Und dann hat man mich sofort in die Aufnahmeleitung geschleppt und ich habe Hausboot mit Cary Grant und Sophia Loren, das kleine Mädchen, synchronisiert. Das war die erste größere Aufgabe beim Synchron. Ich habe das auch wahnsinnig gerne gemacht. Dann gibt es aber auch merkwürdige Situationen. Ich war mit meinen Kindern, als sie noch kleiner waren, bei einer Ausstellung und habe denen alles mögliche erklärt und bin immer von einem Objekt zum anderen gegangen und habe geredet. Und da war eine Frau, die lief die ganze Zeit neben uns her. Und ich dachte, was ist denn mit der los? Also die wich nicht mehr von unserer Seite, ja. Und irgendwann muss sie wohl ihren Mut zusammengenommen haben und hat zu mir gesagt, Wissen Sie eigentlich, dass Sie genau dieselbe Stimme haben wie Jodie Foster? Dann habe ich gedacht, aha, komisch. Wie meint es denn das jetzt? Hat ja auch meine Mutter eine ganze Menge dazu beigetragen. Weil die Stimme meiner Mutter war auch ähnlich. Und das Witzige ist, wenn mein Sohn ans Telefon geht, dann denken manche, ich wäre es. Das scheint so ein Klang zu sein, der sich verabt hat. Als wir nach London zogen, mein Mann hat da gearbeitet und wir sind mit den beiden Kindern nach London gegangen, was meine, also meine absolute Lieblingsstadt ist. Da waren die Engländer uns wirklich einen Schritt voraus. Die hatten sehr, sehr viele ungekürzte Hörbücher aufgenommen. Und sie konnten Richard Burton und Sir Lawrence Olivia und Judi Dench und Helen Mirren, alles, was Rang und Namen hat, hat Hörbücher aufgenommen in Großbritannien. Und ich war immer sehr erpicht darauf, ungekürzte Hörbücher mir zu kaufen, weil ich mir dann das Buch dazu gekauft habe und das Hörbuch gehört habe und gleichzeitig mitgelesen habe. Und ich finde, das ist eine der einfachsten Art und Weisen, eine andere Sprache zu lernen. Das hat mir unglaublich geholfen. Also am liebsten mache ich, muss ich wirklich sagen, Joy Fielding, mag ich sehr gerne. Dann habe ich jetzt Val McDermott aufgenommen. Und lieber ist mir aber, ich habe jetzt gerade aufgenommen, es hat sehr großen Spaß gemacht, bin ich auch sehr gespannt, was es da für eine Reaktion des Publikums gibt. Der neue Frank Schätzing kommt im März raus, während der Lit Cologne in Köln. Und das haben wir gerade eingelesen als Hörbuch. Und das, muss ich sagen, hat mir irre gut gefallen, weil es eben weg war von den Krimis. Mh, Schubonade. Sehr gefährlich. Ach, und auch noch mit Marzipan. Darf ich es mitnehmen? So, das ist Paris. Das ist Paris. Bin ich gerne, aber ich bin lieber in London. Naja, wenn man nicht voll bei der Sache ist und mit ganzem Herzen an einer Sache arbeitet, dann wird das auch nicht so toll. Das ist meine Erfahrung. Also, wenn ich mich auf meinen Lorbeeren ausruhe und mich nicht selber jedes Mal ermahne und sage, du, pass mal auf, behalt mal deine Qualität und sei mal mit ganzem Herzen bei der Sache. Das ist dann schlecht. Aber ich versuche es, das Herz da mit reinzubringen. Und das ist ein, was? Rosenquarz? Donnerwetter. Kristalle, ja, da fällt mir immer ein, diese, das ist eigentlich ganz witzig, diese angereicherten Wasser mit Kristallen. Habe ich mir auch schon überlegt, ob ich mir das nicht kaufen soll. Vielleicht hat es ja irgendwie eine, doch eine ganz phänomenale Wirkung auf mich. Was mir immer ganz wichtig war, mir war mein Privatleben immer wichtiger als der Beruf. Also, wenn viele Sachen anstrengend wurden oder nicht gepasst haben oder ich gedacht habe, ach nee, was sollst du dich jetzt darum ärgern, dann habe ich das lieber abgesagt und war froh, dass ich zu Hause sein konnte. Am glücklichsten bin ich schlicht und einfach, wenn ich mit meiner Familie in London bin. Aber ich bin auch sehr gerne mit meinem Mann in Venedig. Mir ist vieles in den Schoß gefallen, obwohl ich glaube, dass das auch was mit meinem Können zu tun hat. Also, ich kann auch eine ganze Menge, glaube ich. Ich glaube, ich bin in vielen Bereichen, was die Schauspielerei anbelangt, gut. Um nicht zu sagen, sehr gut. Ja, okay. Um nicht zu sagen, sehr gut. Vielen Dank.